Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Wir sind im Dungeon unterwegs und wir rennen hier volle in eine Kanne, in eine Falle rein. Okay, wir können zumindest heilen. So, wenn wir sonst schon nichts machen können mit unseren Leuten. Ich habe wieder Geld gefunden. Gott sei Dank, wir konnten uns wieder setzen. Also hier Keule, Keule hat es drauf, bin ich mir sicher. Das Licht ist schlecht. Ich zünde nochmal eine. Hier ist niemand. Oh, was zu essen. Sehr gut. Oh. Knochenschläger. Für den ersten Schlag aus. Und wir bluten. Wir werden das Problem lösen, da bin ich mir sicher. Aber wir müssen vor allem das Gold nach Hause bringen. So. Bringen wir uns erstmal wieder auf Vordermann. Gut. Volltreffer, ja. Nilor, da hast du allerdings recht. Erbstöcke, ja. Wow, eine Megatruhe. Geil. Okay, der Stresslevel steigt. Okay, damit kommen wir nicht weiter. Ich blute. Okay. 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 Nilot, manchmal trifft er nicht. Acht, kritisch geheilt, ey. Yes. What? Okay, wir müssen schneller sein. Wir widerstehen dem Ganzen, aber es ist nicht gut. Ich versuche den Hintersten hier wegzubekommen, aber es gelingt mir einfach nicht. Aber das ist schon mal gut. Das sind schon mal gute Sachen. Wir holen die jetzt richtig schön raus. Aus ihrem kleinen Loch. Okay, das ist gut. Den Heiler nach ganz hinten geschmissen. Das hilft uns gerade weiter. Sehr. Sechs kritisch geheilt. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und der Nächste, der in zu Staub zerfällt. Ja, genau. Das ist, wie es geht. Wir haben den Quest eigentlich abgeschlossen. Nein, wir gehen noch in den nächsten Raum. Ich will das noch wissen. Erbstücke, die nehmen wir mit. Und eine Bandage noch mal. Okay, wir haben alles erkundet. Gehen wir nach Hause. Die Agents of Pestilence will yet be driven from our woods. Sehr geil. Schaut euch das an, was wir an Geld mit heimbringen. Oh, da gibt es viele Level. Unheiligen Schlechter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, das freut mich jetzt gerade enorm. Sie waren ein unheimlicher Haufen. Zerfurchte Gesichter und leere Blicke. Aber ein Zusammenhalt, der sich allem zu widersetzen vermochte. Sehr geil. Die Gruppe erhält plus 15 Chance auf Tugend bei der nächsten Quest. Und genau so werden wir es auch tun. Wir werden diese Gruppe nicht trennen. Und zwar folgendes. Wir werden jetzt einmal einen von unseren Leuten aus der DSA-Mage, der will trinken. Den schicken wir an die Bar. So, der soll erstmal Stress abbauen. Wie schaut es bei Momo aus? Momo müsste eigentlich mal ziemlich ins Sanatorium stecken. Zum Pest, äh, zum Austreiben. 5000! Geht das nicht billiger? Furcht vor Menschen. Ah, das ist mir zu teuer gerade. So, pass auf, dann machen wir jetzt folgendes. Wir bauen die Rüstungsschmiede aus. Every plan relies upon a strong arm and tempered steel. Und werden Nilord erstmal ausbauen. Gamerboy. Keule. Wen haben wir noch drin? Matze ist noch dabei. So, und den Rest nehmen wir dann wieder mit. Wir brechen gleich wieder zur nächsten Quest auf. Und hier kriegen wir etwas Ungewöhnliches. Eine Karte. Erforschung. Der alte Pfad. Was ist hier das Problem? Warum ist der? Krankheit. Oh, die haben Krankheiten. Wir müssen zwei davon daheim lassen. Dann darf Laute. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig ausspreche, mein Freund. Aber du darfst mitkommen. Dragonfly könnte man ausbilden. Kürnil kann eigentlich auch ziemlich viel suchender Antiquarien. Aber das ist ein unheimlich hoher Stresslevel auch schon. Wen haben wir hier? Wir haben nochmal. Wir könnten nochmal, ähm... Das könnten wir tatsächlich machen, weil wir brauchen unbedingt einen Heiler in der Gruppe. Okay. Wir haben Feuerholz zum Lagern dabei. Einmal das, einmal das. Okay. Zwei Fackeln nehmen wir mit, zwei Bandagen. Wir probieren's. Die Quest wird hart. Die Quest wird richtig hart, glaube ich. Hm. Alter. Okay. 90 Prozent. Wir gehen erstmal hier hoch. Und hier oben sehe ich mehr Chance auf jeden Fall erstmal. Jawoll. Das hat gut funktioniert. Erstmal ordentlich reingedonnert. Erstmal die Gruppe demontieren und dann mal gucken, ja. Kein Blut. Sehr schön. Ausgewichen ist weniger gut. Kriegt einen Gegenschlag. Fünf kritisch. Und Blut. Vielleicht können wir's heilen. Können wir nicht. Machen wir's klar. Erstmal Geld mitnehmen. Ist ein gutes Zeichen. Und gleich verbinden. Wir können uns das gerade heute jetzt nicht leisten. Gut. Nahrung. Ich hätt gern ein paar Fackeln gefunden. Aber gut. Leer leider. Auch leer. Ich glaub, wir sehen die Gegner einfach noch nicht, weil wir, weil wir kaum noch Licht haben. Beute. Noch mehr in der Augen. Noch mehr in der Augen. Hier könnte man lagern. Ich will auf jeden Fall geradeaus gehen. Oh, oh, oh. Ah. Also, ein Kampf müssen wir auf jeden Fall aufnehmen. Oh. Kist ist leer. Alter Griffler, ey. Wir könnten lagern. In der nächsten. Oh, es ist halt. Eine Falle. Wir haben's nicht gesehen. Okay, jetzt wird's gefährlich. Wir müssen jetzt extrem aufpassen. Boah, 25. Ja, den Stresslevel treibt das natürlich in der Dunkelheit kämpfen extrem hoch. Schleim. Wir müssen diesen Quest bestehen, meine Lieben. Unsere Kameraden zählen auf uns. Back to the pit. Ich hab in der Dunkelheit. Ja, das ist aber... Aber jetzt kann ich es nicht. Okay, wir haben wieder ein bisschen Geld gefunden. Wir gehen weiter. Auch wenn das nicht ratsam ist. Erbstücke. Sehr gut. Die brauchen wir zum Ausbauen. Okay, wir werden bis hierhin zurückziehen und dann lagern wir erstmal. Alles muss erkundet werden. Bandwurm. Danke fürs Gespräch, Laudi. Okay, ist dem Bandwurm eingefallen. Das ist jetzt weniger gut. Verglässt aus. Aber diese Riesenquests sind natürlich heftig, ne? Und die Geräusche werden natürlich deswegen auch nicht netter. Wir lagern. Mahlzeitphase und Fähigkeitenphase. Erholung zwölf Runden. Wundversorgung. Nur selbst. Wir machen Nachthinterhalte. Erholung. Was haben wir hier? Oh, ne, die anderen hätten das bestimmt auch gekonnt. Ah, muss ich nochmal üben. Es ist Tag. Wir haben eine aufgefüllte Fackel. Das ist gut für die nächste Schlacht. Und zwar jetzt. Schade. Oh, noch schade. Oh, noch mehr schade. Wann da nur los? Das hat funktioniert. Ripdog hat da eindeutig was draus gemacht. Und auch Nilord hat das Ding ganz, ganz geschickt gerade reingefädelt. Wir haben einmal Bluten hier hinten. Und Bluten vorne. Irgendwie können die gerade mehr ziehen als wir, ha? Unvernünftig. Hat Nilord leider bekommen. Lauti ist auch unvernünftig geworden. Schade. Schade. Der Abyss ist manifestiert. Schade dieses Momentum. Schade auf, bis die Tatsache endet. Okay. Weiter geht's, meine Lieben. Wenigstens da konnten wir uns wieder setzen. Okay. Da befindet sich auf jeden Fall noch Gold. Das müssen wir holen, meine Lieben. Aber nicht mehr in dieser Folge. Sondern in der nächsten. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es sich gut gehen. Euer Zwerg auf Zwergtüb. Tschö.